Was geht ab Leute, hier ist der PyroNRP Wie versprochen, Ankündigungsvideo zum Event Zuallererst möchte ich euch sagen, warum ich das mache Ich hab mir gedacht, ihr habt mir schon so viel gegeben Ihr guckt meine Videos, ihr macht so viel Schreibt Kommentare, helft mir, gebt mir Tipps etc Und da hab ich mir gedacht, komm, irgendwas möchtest du auch mal zurückgeben Machst du ein kleines Event, ist jetzt nicht so großartig So riesengroß und so, aber ich hab mir gedacht So als kleines Dankeschön von mir an euch Für die Leute, die jetzt in Digimon relativ aktiv sind Und auch so, meine Community besteht ja größtenteils aus Digimon-Spielern Habt ihr die Möglichkeit etwas zu gewinnen, sorry Für den Huster Folgendes, ich hab ein etwas kreatives Event Mal nicht so irgendwie stumm Fragen beantworten Klar, Keks, so den ganzen Scheiß hatten wir schon Und den kennt auch jeder Und da hab ich kein Bock drauf so jetzt im Moment Ich hab mal überlegt, ob ich nicht euren kreativen Geist ein bisschen anrege Folgendes, ähm, das Event besteht aus zwei Parts Beziehungsweise ihr habt zwei Möglichkeiten zu gewinnen Der erste Part ist relativ einfach, ähm Ihr macht Bilder, kreative Bilder oder, ähm, ja Ihr versucht irgendwelche kreativen Bilder zu Digimon Masters Online zu gestalten Diese postet ihr mir dann auf meine Facebook-Seite Facebook.com.slash.surpiron.lp Ähm, bitte mit In-Game-Namen und Server-Namen Die besten Bilder werden ausgesucht Drei Gewinnern kann es nur geben Also die ersten drei Treppchen wie im Sport halt, ähm, ja Ähm, diese postet ihr auf Facebook-Seite Und bis Ende des Monats werde ich mir die besten raussuchen Alle werden natürlich in einen Ordner gepackt Den ihr euch immer wieder ansehen könnt Mit den geilsten Bildern natürlich, ähm Aber die besten drei gewinnen dann Ende des Monats Einen von ganz vielen Preisen, ähm Der zweite Part des Events, oder Ja, des Events Wird sein Reime Ich will coole Reime von euch haben Etwas längere Reime Lasst euch irgendwas Kreatives auch zu dem einfallen Irgendwas, was euch gerade so einfällt, ähm Wo ihr Bock drauf habt Oder irgendwas Lustiges, was Verrücktes Vielleicht auch was Ernstes Oder, weiß ich nicht, etwas Trauriges Ihr könnt euch eine Story einfallen lassen Bitte aber in Reimform Ihr wisst schon Doppelreim oder Kreuzreime Oder wie auch immer Auf jeden Fall, ähm Diese postet ihr bitte unten in die Kommentare Damit ich das so getrennt habe Und ein bisschen mehr Übersicht Das mit den Bildern auf Facebook ist halt so Weil in den Kommentaren könnt ihr halt keine Bilder posten Zwar Links zu den Images Aber macht es einfacher, wenn ich es auf Facebook finde Ähm, ja Äh, die Reime unten rein Und auch wieder dazu Ingame-Namen Und der Server-Name Weil die meisten Spiele sind, äh Die meisten Gewinne sind halt über Ingame Ähm Ihr habt die Möglichkeit Äh, verschiedene Amoreier zu gewinnen Archive Geld Also 10T Ähm, eine 10€ Paysafe-Karte Auch für die Leute, die jetzt auf anderen Servern spielen Oder, ähm So, noch kleinere Gewinne sind auch noch dabei Also, ähm Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein Wir, äh, ja Ja, das Event wird laufen von jetzt Also von heute den 7.7. bis zum 31.7. Bis Ende des Monats habt ihr die Möglichkeit mir Bilder oder Reime zu posten Äh, nichts Doppeltes bitte Überlegt's euch gut Nicht der Schnellste gewinnt Sondern der Kreativste Ähm Ähm, wo ich mir denke So, boah krass Der ist geil Ähm, ja Äh, wie gesagt Bilder auf Facebook Und, äh, Reime unten in die Kommentare Immer den Ingame-Namen und den Server dazu posten Ihr kennt das Ganze Ähm, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen Außer riesiges Dankeschön an den super Support von euch Äh, macht megamäßig Spaß Wird auf jeden Fall öfter jetzt noch was kommen Ähm Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß Lasst euren kreativen Geist freien Lauf Und wir sehen uns Bis dahin Viel Spaß noch Tschaui